Lippstadt gilt als das Venedig-Westfalens. Und hier auf dem Lippe Bug sehen wir auch den Grund dafür. In Lippstadt beschäftigen sich viele Gruppierungen mit dem Thema Klimaschutz. Die Jüngeren genauso wie die Älteren, die Sportinteressierten genauso wie die Kulturinteressierten. Mit dem Klimabündnis hat die Stadt Lippstadt eine Initiative ins Leben gerufen, die das Thema Klimaschutz stark bearbeitet und dort wertvolle Arbeit leistet. Diese Initiative gilt es zu stärken und zu unterstützen. Auch die Hochschule leistet mit einzelnen Studiengängen wertvolle Arbeit, beschäftigt sich mit dem Thema und hilft uns dabei, dass wir in Lippstadt in den Bereich Klimaschutz vorankommen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir den wichtigen Spagat schaffen. Klimaschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Stadt, die dynamisch ist, die im Wachstum begriffen ist. Bisher haben wir es gut geschafft. Ich bin optimistisch, dass wir das auch in Zukunft gut schaffen werden.